Ey Leute, Alter, ein Ministerpräsident hält eine Regierungserklärung in einem Bundesland, das gleichzeitig die Hauptstadt dieser Republik ist und lässt sich über 500 Meter Fußgängerzone in einer eigentlich toten Einkaufsstraße auf. Ihr seid live dabei, wie ich jetzt mit dem parlamentarischen Geschäftsführer telefoniere. Müssen wir runterkommen. Kann er anrufen, weiß ich nicht. Das ist ganz spannend jetzt. Müssen wir runterkommen. Das geht da nicht ran, wahrscheinlich schon. Okay, also das heißt, wir sind raus, wir müssen dringlich arbeiten und sehen uns das nächste Mal. Genau, ciao. Tschüss.